In diesem Video zeige ich euch, wie ihr so Farbblöcke stricken könnt. Ich habe so ein kleines Bündchenmuster vorgestrickt, einfach damit sich das Ganze nicht so einrollt und ich es euch besser zeigen kann. Und dann beginne ich schon mit der ersten Reihe. Also, ich stricke bis zur Hälfte in Violett. Wenn ich bei der Hälfte angekommen bin, nehme ich einfach eine neue Farbe, in meinem Fall ist es Rot, und halte das mit dem Daumen fest und stricke in Rot weiter. Den Faden müsst ihr später ganz zum Schluss hinten dann vernähen, so quer drüber, damit vorne dann kein Loch entsteht. Das war mal die erste Reihe. Ab der nächsten Reihe ist es wichtig, dass ihr die zwei Blöcke miteinander verbindet, sonst entsteht ein Loch. Ihr strickt, also mit Rot, wieder zurück. Und dann überkreuzt ihr die Fäden. Der alte liegt immer über den neuen. Das ist das Wichtigste, was ihr euch merken müsst. Der alte muss über den neuen liegen, so werden dann die Fäden miteinander verwebt. Und dann kann ich auf den neuen wechseln und mit dem neuen weiter stricken. Und in der nächsten Reihe kreuze ich das Ganze wieder vorne. Ich stricke wieder mit Violett bis zur Hälfte. Und auch hier gilt, alt vor neu. Der neue liegt immer unten und der alte immer oben. Und dann stricke ich mit den neuen weiter. Und das war eigentlich das Ganze, wenn ihr hoch strickt, ich zeige euch das, wie es dann aussieht. Hier habe ich es hoch gestrickt und auf der Rückseite sieht es auch ganz nett aus. Mit dieser Technik könnt ihr auch so Dreiecke zum Beispiel hinein stricken oder sonstige Bilder. Das zeige ich euch aber in einem anderen Video. Ich hoffe, die Anleitung hat euch geholfen und ich wünsche euch einen strickvollen Tag. Ich hoffe, die Anleitung hat euch geholfen.